So sieht er aus, der Rock, der einfach jeder Frau steht. Egal ob gärtenschlank oder mit kleinem Hüftpolster. Das gute Kleidungsstück gibt es in Wickeloptik, mit asymmetrischem Saum, schlicht oder bunt gemustert. Die Röcke sind deshalb so vorteilhaft, weil sie meist knapp unterhalb des Knies enden. Deshalb wirken dickere Waden optisch schlanker. Auch für Frauen mit kurzen Beinen ist der Volant Medirock perfekt. Denn der Rock sitzt auf der Hüfte und somit wirken die Beine automatisch länger. Wer eher mit einem kleinen Bauch zu kämpfen hat, auch kein Problem, mit der Wickeloptik lässt sich auch das kaschieren. Da die Röcke schon Statement genug sind, kombiniert man sie am besten mit einem schlichten, eng anliegenden Oberteil. Lässig wirken dazu auch Sneakers. Mutige Modefans können aber auch obenrum ein Volantteil auswählen. Die Hauptsache ist, man fühlt sich wohl.